Hallo und herzlich Willkommen zurück bei Alien Isolation. Ich hoffe ihr hattet ein paar schöne Tage. Naja, bei denen die das Video gleich in einem Anschlag gucken, dann ist es wahrscheinlich gleich darauf folgend. Scheiße werden wir gleich weggeheckt. Ach ja, wir haben gar keine Waffen. Kann man noch was einsammeln hier? Wir sind noch genau da hin, wo er ist, ne? Der kommt hier rüber. Kommt der her? Ich habe Angst. Verschwinde! Der hat mich gesehen. Ja, was macht man da? Ah, ich habe ja nichts. Ich habe Angst. Ich habe Angst. Ich hab Angst. Ich muss da zu diesem, zu dem Gerät da. Sie kennen mich. Sechsen, kompromissloses Streben nach erschwinglicher Qualität. Ja. Was knippert da so? Oh wow. Oh. Oh wow. Oh wow. Da muss ich hin. Ah scheiße. Echt? Da muss ich hin, da hinten wo der grüne Punkt blinkt. Da wo er jetzt hin geht. Oh Mist. Das ist eine von Siegsen unterstützte Einrichtungen. Tja. Wir hoffen Sie werden sich uns auf dieser Reise anfließen. Ne. In dem Zustand wo du jetzt bist, werde ich mir den nicht anschließen. Sobald ich jetzt hier bin. Äh. Äh. Schließlich schleicht er jetzt nur hier vorne rum oder was? Ne. Er geht. Jetzt geht er wieder zurück oder was? Ampollo und E4 Amproid. Zwei Stunden Arbeit für eine sicherere und besser eingeblendete Serastopol Station. Ich bin günstig. Ich bin zuverlässig. Sie kennen mich. Irgendwie. Vorher. Ich bin zuverlässig. Beschwerde. Beschwerde. Alle Handelsvertreter des Konzerns müssen sich bei Besuch beim nächstgelegenen Syntheten melden. Mache ich das nächste Mal. Da ist er. Sechsen, kompromissloses Streben nach erschwinglicher Qualität. Enteiße an unserer Androiden Reihe Heli. Fragen Sie bei Sechsen. Ja, mache ich, mache ich. Aber er kommt gleich hier zurück. Oh Mann. Junge. Hier woanders hin. Hm. Hm. Noch nicht. Hier woanders hin. In Sechsen finden Sie Rückhalt. Hilfe. Von Anfang bis Ende. Oh Scheiße. Also Strom kann ich nicht einschalten da mit dem Ding. Das ist natürlich schade. Wir hoffen Sie werden sich uns auf diese Reise anschließen. Nein, vergiss es. Störung wird untersucht. Für die Töne ist immer mehr so. Es는데, das kann ich aus. Das war's. Das war's. Passt sich, dann muss ich Zeit zum Entschlag. Es gibt noch die Töne. Es sind nicht alles drin. Ich werde mich nicht fest. Es kam. Es kam. Und franthaat. Es kam. Es kam. Was habe ich denn da gemacht? Ich habe das Radio eingeschaltet. Ja, siehst du mal positiv, jetzt hast du ein bisschen Musik. Das ist eine Musik. Jetzt sitzt du da hinten in der Ecke. Das ist eine Musik. 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 Kann man das mit Durchsneaken hier überhaupt machen? Das ist eine Musik. Das ist eine Musik. Das ist eine Musik. Das ist eine Musik. schon hier glaube ich um schalten schalten und walten doch nicht ich sehe mich hier nicht hoffentlich sieht er mich hier nicht nein möchte ich nicht möchte ich nicht ich bin grüß dich ich bin zuverlässig sie kennen mich der hewie oh ja interesse an unserer freie heli tragen sie bei fixen oh eine bombe ich versuche es aber trotzdem mal ohne gar nichts hilft spreche ich den penner weg 6 6 6 6 8 8 8 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11 12 14 14 15 18 21 Hier über sie warst du wohl Sicherheitsvorschriften erfahren. Ähm... Nee. Eigentlich nicht. Ja, ich bin. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020